Und wir müssen natürlich auch mit der regenerativen Energie bei Aufgabe der kohlebasierten Stromerzeugung Energieerzeugungsland bleiben. Wie das, glaube ich, jeder zu Hause macht, man isoliert den Dachstuhl, man tauscht die Heizung aus, wenn es notwendigerweise geht. Das ist bei uns passiert. Und natürlich auch bei den Leuchtmitteln bemüht man sich um den Austausch mit Energiesparlampen. Wir können natürlich mit der Energiewende Arbeitsplätze gewinnen, indem natürlich die Firmen, die sich in dieser Branche engagieren, Arbeitsplätze generieren durch ihre Geschäftstätigkeit. Wir können allerdings natürlich auch ein Stück für unsere Zukunft tun, indem wir natürlich die kohlebasierten Energieerzeugungsbereiche auf Dauer überflüssig machen. Der zentrale Schritt wird sein, am Ende dieses Prozesses erst einmal noch Industriestandort zu sein. Dann waren wir erfolgreich mit der Energiewende. Und wir müssen natürlich auch mit der regenerativen Energie bei Aufgabe der kohlebasierten Stromerzeugung Energieerzeugungsland bleiben. Wenn dies miteinander kombinierbar ist, waren wir erfolgreich und sind erfolgreich. Und wir müssen auch mit der Energieerzeugung 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 haben.